Was geht ab und herzlich willkommen zurück zu Dragon Ball Zapp Budokai in Kaiji 4 Im letzten Part haben wir das Turnier der Kraft angefangen, Gohan trainiert und gegen Kauliefela gekämpft und dann gegen Kale Und ja, diesmal geht's gegen Jiren und das wird auch der letzte Story, ne, ja nicht direkt der letzte Story Part glaube ich So you finally decided to fight me after all this time Oh, ich hab jetzt lange nicht mehr gespielt Oh nein Oh, scheiße Alter Okay, Jiren eskaliert, kommt jetzt Na, warte Oh Gott Jiren, nimm das Ja, das tut weh, ne Ja, da mach ich keinen Schaden Alter, leck mich doch Er haut uns einfach komplett weg Ah Dammit, what the hell Oh E7 Alter Bin einfach nicht stark genug So, hier nimm das Ich lass diese Grenzen mal laufen Oh, Super Saiyan Das ist der Super Saiyan Ich hoffe, der Partei kommt nicht zu spät Ich bemühe mich Super Saiyan 2 Ja, aber jetzt, äh, probiert Goku nach und nach seiner Form aus Sehr gut Sehr, sehr gut Bam Oh Gott Oh mein Gott Super Saiyan 3 Äh, Gott Er überspringt den 3 Nix da Und jetzt dürfte ich Damage machen Jiren hat zumindest im Anime dann schon mal den einen oder anderen Schlag bekommen Probieren wir das aus Oh mein Gott Oh, Glück gehabt Ja, ich mach Damage Endlich, ein Super Saiyan God Mach ich Damage Das heißt, wir können ihn jetzt besiegen Oh mein Gott Hä? Oh mein Gott, was ist jetzt los? Oh, wow War das nötig? Oh mein Gott Alter Okay, wir müssen uns anstrengen, Leute Kaiote Ja Als ob's Nix da What the hell? Alter, wie schnell hat der zugeschlagen? Da mach ich nix What the hell? Wer zu übertreibt Na warte Das zeige ich dir jetzt, meine Power So Alter, what? Die Jiren eskaliert Jiren los Was soll das? Aaaaaah Okay, damit könnten wir endlich mal Treffer landen Aber auch keinen krassen Meine Güte Kaiote KBHBH Aha, nein Ah, schon wieder Jiren What the hell? Nächster Diesmal Ah, damnit Hallo Alter, ich gebe mir so ab Mühe, ihn zu bumsen hier Ah, dann das Take this Oh, meine Güte Kaioken Ja Nimm das, Jiren Ja, ja, ja KBH Kaioken KBH 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 Was? Damnit Ich habe KSigness Oh oh Okay, jetzt lade ich 10 Monate Ja Okay, die Kaioke war echt ein bisschen too much Die Kaioke war echt zu Too much Oh, tschüss Okay, ich muss es mit der nächsten Kaioken wieder ausgleichen Nein Alter Ich kann nichts tun This is the end Ah, Jiren ist einfach wirklich ein zu starker Gegner Nächster Okay We did it It's over Was? Äh, nee Oh nein Oh nein Oh nein Oh nein Oh nein Where do you think you're going? TRIIIIIIIIIIIIINNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN!! All right, Kaioken. Wow. Nimm das! Das kannst du bestimmt nicht dodge. Okay, kann er doch. Aber ich hoffe, er tut's nicht. Nimm das, Kamenaya! Treffer. Ja, geblockt. Na? Nein, ich hasse diese Scheißgriffe. Oh, Herr no. Obwohl, ha! Hab dich! Boah, Alter, wie er kontert! Oh Gott, immer in die Magengrube! Ich hab jetzt gefrühstückt, Mann! Was soll das? Ja, ja, ja! Nimm das! Ähm, wir laden ewig. Egal, wir müssen die Key-Signus wegkriegen. Wir müssen die Key-Signus wegkriegen. Haben wir. Yes! Here goes! Jawohl, jetzt haben wir ihn. Jetzt haben wir dich! Und du kannst nichts dagegen tun, weil du mit dem Rücken zu mir stehst. Oh, yeah! So, nimm das! Du kannst so schlecht im Fallen dodgen. Yeah! Oh, war das die geile Kombo. Oh, hell no. Oh, hell no. Egal, wir sind full life! Wir tanken den! Oh, hell no. Michael, ich hab sowas drauf! Ich mach kein Damage mehr. Inset Transmission. Okay. Oh! Okay. Nein? Oh, damn it. Egal. Der Skam ja, wir geben wie im einfachen Prinzip, weil ich mich verdrückt hab. Okay. You've outplayed me, Jared. Hard to believe I couldn't even land a blow when I was at blue with Kaioken x20. But I do have a full appreciation of your strength now. And that's convinced me to use something I've been holding back. A spirit bomb! Alright, everyone! I need you to lend all the energy you can spare! Let's go! Thanks, everyone! But it's still too small. I'm gonna need a lot more time to gather enough energy. I'll wait. Gigachat. Erwartet. Take however much time you require. If this is your special move, then I want it done right. Go ahead and do your worst! Alright. I'm surprised. Thanks for being so accommodating. Alright, Jiren. Once you're out, I hope you don't regret giving me time to finish this. This is what it looks like when the seventh universe unites. This is our spirit bomb! Kaioken x20! You don't think he is finished. Do you? Oh my! Could he have lost? Mal sehen. Okay. Also, die Genki-Dama hat nicht gereicht für unseren lieben Jiren. Deswegen geht's jetzt ganz normal weiter. Mit sage und schreibe. Gucken wir mal. Hallo? Hallo, lololololo. Mit, ich glaub Kevlar, ne? Nee. Oh, Goku Awakens. Oh, wir haben ja doch noch... Alter, wir haben noch viele Kämpfe. Goku Awakens. Genau. Dann geht's jetzt damit weiter. Oh, okay. Also, machen wir noch... Doch... Nee, das wird doch nicht der letzte Part der Story. Wir machen doch noch zwei, drei Parts. Here it comes. Here it comes. Oh, shit. Yes. He is okay and very sparkly. Damn. Something's different about him, that's for sure. Yes. I'm sensing an incredible strength from him and yet... His energy is so calm it's giving me the creeps. Let us watch and see what happens. After all, this is the first time even I have seen Goku in this curious state. Oh, wie geil! Oh, alles klar, opening. Von Voodoo Fatty Patch 3. Sabreen Kamehameha! Er hat Jiren, was ist mit dir los? Oh, Claire Miss. Er macht mir keinen Schaden. Wir sind noch besiegbar. Er macht uns keinen Schaden. Easy. ja wir machen auf jeden fall damit ja nicht wir sind einfach nur ein anderer skin von das möchte ich ja jetzt erst du hast keine chance ich bin der stärkere und du der schwächere davon lasse ich mich nicht treffen ich bin wohl schon sinkt aber wenn auch nicht der perfekte wenn das instinktiv kamehameha was er konnte deutschen aua na warte oh gott alter was macht ihr mit uns gut dass wir kein schaden nehmen oh herr no ich weiß nicht ob du es gemerkt hast aber ich bin unbesiegbar ich hab loto amor okay spaß ist dabei kinder ach du laberst du bürsche topo das reaktion es reicht die riecht auf den sack kamehame du bist hast tot er weiß der voraus du nervst sajiren oha ich hab mal gewonnen Oh, das war sogar gut. Ehrenlos. Oh nein, er macht Scharren. Okay, jetzt muss ich mich richtig ranhalten. Shiren ist ein echt starker Gegner. Nenn das! Nenn das! Gottlieb Display! Ne, jetzt auch ausweichen nicht. Äh, wegrennen. Oh, macht der Stimmig der Angriff. Ah, der Mischstreich! Was jetzt los? Wie geil! So, hier ist ein God-Late-Spray! Der After-Image-Strike war richtig brutal. Und da ist es auf den Zender. Und da ist er tot. Jawohl! Und er kassiert nur noch. Keine Chance! Autronomous-Ultra-Instinkt. So that's how he's reacting so quickly. But Goku is a mortal being. And that is an extremely elite level of power. Difficult for even the highest gods to reach. It can't be! It can't! It's impossible! In this marvelous cosmos, one is really do have a blessing, my lord. Jiren, gib auf! Why now? And why is it Goku? Alter, was ist mit meiner Kiessegnis? The Saiyan Spirit Bomb most likely served as the catalyst. Oh, God. Most likely, Goku has used the Spirit Bomb's energy to replenish his exhausted body. Oh, nein. Oh! But, I alone would not be sufficient to explain what we're seeing now. Next time, it's sick of Kamehameha! Nennt das! Kamehame! Ja! Jiren, stirb einfach! Du hast keine Chance! Kamehame! Ja! Jiren, du hast keine Chance! Nennt das! Oh, mein Gott. Das war der Match. Time to finish this. Oh, hör noch. Oh, Gott. Nicht von deiner Seite aus. Ah. Ah. Hallo. Ich wollte den eigentlich in eine Kombo verpacken, aber er nervt. Jetzt reicht's. Scheiß Kiesbärm. Alter. Was ist damit jiren los? Alter. Er will uns aber unbedingt. Jetzt stirb. Ist mir egal. Du verlierst. Und stirbst daran. Ja! Und tschüss. Goodbye, Jiren. Was zur Hölle. Es geht ja immer noch weiter. Und er ist wieder full heal. Toll. Bitte klapp. Bitte klapp. Bitte klapp. Ja! Das war wichtig und richtig. Nimm das! Oh, mein Gott. Gott, legt ihr es gleich hin. Oh, nein. Nein! Das war halt nicht das, was ich machen wollte, aber okay. Oh, nein. Jiren chill. Gottlieb Display! Goodbye, Jiren. Diesmal endgültig. Oh. Verdammt. Er lebt immer noch. Nein! Ich dodge. Ich kann, ich kann nicht. Ich kann nicht dodge. Das war's. Hit? Was jetzt? What the hell? Tab skip! Okay, wir sind hit. Okay, da kann ich mich gar nicht erinnern. Hype. His name is Jiren. Yes, and the other one he's fighting is named Hitch. Mist! Okay. Hit, zeig dir mal, wo der Hammer hängt. Oh, mein Gott. Wenn das... Oh, nein. Oh, mein Gott, bin ich aufgeregt. Ja. Mal wieder. Oh, Gott. Okay, erstes Modus raus. Ja, ist das BAM. Oh, Gott. Nein! Mann, ich hasse es. Spammer. Hä? Ach, komm. Du solltest blocken und kein Timeskip aktivieren. Ja, jetzt eine scheiß Keyblast, ne? Nimm das! Machst du mal, Managey Wave. Spam kann ich auch. Ich würde nicht in den Nahkampf gehen, da bin ich nämlich stärker. Es reicht. Timeskip Molotov. Okay, helft doch blocken nicht. Da! Alter. Alter. Ey, Mann, wie unfair. Wie soll ich denn das machen? Oh, Gott. Er ist able to use the time he accumulates by skipping to create a small pocket dimension. But he then slips into to avoid attack or confuse his foe. Alter. Hallo. Er macht ja alles das Gleiche. Und ich kann nichts machen. Ey, ich kotze. Was ist denn mit Tieren los? Nix da. Nix da. Hallo? Alter! Mann! Ich kann nichts tun! Ich hab kein Wach, die ganze Scheiße nochmal zu machen! Ey, Jiren, hör doch mal auf zu spammen jetzt! Meine Fresse! Und der weist halt einem aus. Ja, genau! Jetzt dreht er mich auch nach oben! Nein! Und das. Oh mein Gott! Was soll das? Ich darf das nicht verlieren. Alter, ich hab Schiss. Was? Time Prison hat nicht geklappt! Ey, ich kann den gar nicht mit Tippe siegen. Was? Okay. Konntest dich durchsetzen. Aber der Angriff ist halt nicht so geil wie Molotov. Mach deine Ult. Los. Ich will dodgen. Oh mein Gott, macht er. Ich hoffe, die verfolgt nicht. Easy. Dann können wir jetzt Key laden. Ich muss irgendwie versuchen zu zaubern, Leute. Irgendwie. Nein! Warum? Du sollst zur Seite gehen! Ich hab jetzt ernsthaft verloren, oder was? Das kann doch nicht wahr sein! Das kann doch nicht wahr sein! Vor allem, Hit hat doch eh verloren den Kampf. Was soll das? Oh, Jiren! Oh, Goku macht wieder nur Fassen! Mann! Was ist das für eine Scheiße! Frisst das! Alter! Vor allem, die labern jetzt die ganze Zeit und das dauert wieder ewig! Boah! Hä? Alter, er macht wieder so Faxen, ne? Er macht wieder so Faxen! Oh Mann, hör doch auf! Meine Fresse! Lade doch einfach die nächste Akt, Alter! Ey, viel zu lange, diese Drecksmission! Geh doch in den Beamfest, du Feigling! Ja! Alter, das ist halt so dumm! Wirklich! Was soll das? Ja, jetzt verpisst dich! Ja, was war das jetzt? Willst du mich verarschen? Vor allem, der macht ja auch keinen Schaden. Das heißt, dieser Kampf ist wohl unnötig. Ja, genau! Alter! Was soll denn das? Ach, Alter! Hör doch auf! Stirb doch jetzt einfach! Weißt schon, dass er sich vor jedem Angriff treffen lässt! Wie? Ich hab' das nicht aktiviert! Ich hab' das nicht aktiviert! Alter! Verpisst dich doch jetzt mal! Alter! Meine, fress dich, wenn meine T-Signis loswerden! Oh, Junge, hör' doch auf zu spammen! Nervig! Tschüss! 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 So! Wer würde sagen, er hat die Uppere Hand jetzt? Ich denke, es ist zu früh, um zu sagen. Das heißt... So! Ich kann nichts machen! Wenn er mich einmal in der Kommo hat, kann ich nichts machen! Du solltest dich hinfliegen, Mann! Wie? Junge, fuck mich jetzt nicht ab, Mann! Verreckt doch einfach! Du Scheiß-Spammer! Junge! Verpisst dich! Ja! Mann! Mach dir den Zweileisten unnötigen Schaden! Stirb! Ja, klar! Ja, natürlich! Das waren ja welche Wünsche! Endlich auch! Warum? Er kann einfach so einfach ausweichen, was? Vor allem danach müssen wir doch zehnmal gegen ihn kämpfen! Das ist doch nicht machbar! Hallo, Junge! Mann! Mach dich ab! What? Auch noch hier Superarmor oder was? Jetzt stirb, du kleiner Hohn! Jaaaaaah! Jaaaaaah! Der trumpet war überhaupt klar! Gottlieb display! So, der Brach kommt auf jeden Fall nicht pünktlich. Wegen Jiren, Alter. Wenn er sich denkt, nee, ich muss doch mal hinbesiegen. Ich könnte kotzen. Nein, mach's ab. Quatsch. Oh. Ja, warte. Ja, tut mir leid, dass ich schon zuschlage. Endlich aus damit. Friss das. Ah. So. Weib liegen. Advanced, fuck you. Nervt mich. Nicht mit dem Rücken zu ihm, ich hasse das. Das geht immer schief. Ja, träum weiter. Machst du bitte mal deinen Angriff? Danke. Und jetzt töte ihn. Oh, das geht ja noch weiter. So, hier. Ja, ist klar. Komm, mach der jetzt deinen Angriff. Triffst du dich nicht, ne? Oh, doch. Oh, zu spät. Du solltest eigentlich gestunnt sein. Nach so einem Angriff. Lernen wir erst noch, oder was? Warum macht er so viel Schaden? Ach, komm. Degar. Degar. Herr Kiessegners? Oh, mein Gott, du Opfer. Nein, nein. Ja. Friss das. Tod. Oh, mein Gott. Ja, wir wissen es. Jetzt kommt Tito. Und jetzt gibt's auch's Maul. So, keine Faxe mit Hit. So, hier. Nimm das. So. Oh, er hat auf. So, das reicht. Die Fahrt mache ich dich fertig. Ich habe Vorsehungshack. Ich sehe das schon. Ja, ruckele da drauf. Und das. Molotow. Dagegen kannst du nichts machen. Da. Ich bin immerhin ein Assassin. Ich bin zum Töten da. Habe ich auch mal Dodgen? Hallo? Darf ich nicht. Okay. Es reicht. Bleib hier. Da. Ein paar Schläge in die Magenkugel. Gratis vom Assassin. Nimm das. Ja, das ist halt jetzt das Belastende, ne? Schon wieder Molotow. Nein, das ist so ein Hardcounter. Da. Ich glaube, er hat gar nichts machen. Ich kann halt nirgendwo interrupten, ordentlich. Nein, das ist wirklich problematisch. Gibt das? Ja, klappt. Auch wenn Molotow stärker ist. Okay, was jetzt? Oh Gott, ich hasse es. Mitten im Angriff. Aber es sieht ein bisschen besser für uns aus. Das Gefühle macht nicht mehr allzu viel Damage. Ah, ich weiß nicht, ob es stark genug ist. Ah. Jiren, nimm das. Oh Gott. Okay. Okay. Es war irgendwie möglich. Fragt mich nicht, wie. Hau rüber. Oh nein. Nicht schon wieder. Ey, vor allem. Es ist eigentlich... Noll. Bitte. Bitte. Es ist der Timeskip. Ja. Ah. Sehr gut. Das muss richtig Damage machen. So. Tschüss. Hab ich's geschafft. Jiren. He stopped Jiren from moving. Guess that's the strike he's been planning for a while now. Jiren, what is wrong with you? Attack! Hits saved all the time from those skips and now uses it to trap his foe. It was a last ditch effort, but it seems to be working quite well. Brilliant, Hits! Keep him pinned until time runs out! At this rate, we won't have enough to keep him trapped until the end. He's simply too powerful. One last play. My job is to save the sixth, and I won't fail! Wow. You know what the pride of an assassin is good for? Nothing! Schon wieder. Hatte ich gesagt, durfte ich wieder sehen. This is the end! So, und schon wieder fail, dude. Contestant hit of the sixth universe has been eliminated. So, und damit will ich auch sagen, das war's für den Part. Wenn es euch gefallen hat, lass einen Daumen nach oben da. Schreibt gerne mal in die Kommentare, welcher euer Lieblingskampf aus der Universe-Survival-Saga ist. Und abonnier den Kanal, damit ihr keine weiteren Videos mehr verpasst. Denn es gucken auch viele zu, die den Kanal zwar gucken, aber noch nicht abonniert haben. Ein Abo ist kostenlos, also lasst es gerne da. Bis dann und ciao! Euer FireAlexa. Haut rein! Ciao!